Hey, Fahrer oder Fahrer? Bist du ein Radfahrer? Nach oben Puckling, nach unten treten. Nach oben Puckling, nach unten treten. Manfred, wer hat das da geschrieben? Ich. Gottfried Küstler ist unschuldig und außerdem hat er einen süßen Pops. Gehen wir den linken Radfahrer niederhauen. Können wir bei mir daheim vorbeifahren? Wir haben den Zettel mit der Adresse vergessen. Sascha mit der Autos ein laufe! Das ist doch ein Forderung vor, wir haben die Autos ein, kein Blumen reich. Ja, der läuft uns immer zurück. Läder. Na, das lassen sich das neu anwenden, wenn es den Autos ist. Bist Du. Boah, der ist doch imavian gefahren, komm! Uah! Schau, schau! Ja! Aua! Da! Du musst nicht mehr gucken! Oh, dieser Zusser! Kommt's hier, Mandi! Du asoziales Sohn! Ah! Ah! Steig auf, was ist! Bremsenstreik, oder Bremsen! Helena Gasse! Wir wissen genau, wo du wohnst! Du liegst radikales Sau! Fahren wir gleich hin? Du! Manfred! Oder machen! Irgendwas? Sonst? Servus, Hans! Servus, Herr Koffer! Mit dem Dienst? Eigentlich nimmer! Moment! Heute ist einer der glücklichsten Tage meines Lebens! Also könnte ihm eigentlich gar nicht wehtun! Ist dieser Linker... SWR! BMW 3 1 2 3